Nun kommen wir zu dem G-Motor 2.0 Mass-File-Untility-Tool Dieses Tool ist dafür da um in R-Faktor die Form oder auch Mass-File zu extrahieren Wenn ihr eine Mass-File erst mal importieren wollt in das Programm Geht ihr auf File-Open-File-Untility-Tool Ich gehe mal in den richtigen Pfad nach Hier in den R-Faktor Ordner Dann in den Ordner rein Hier zum Beispiel Mercedes Auf die Form-Datei oder auch Maß Kommt darauf an wie es in der Formel 1 Mod beschrieben ist Einfach auf Öffnen Nun seht ihr Das G-Motor-Tool hat die komplette Maß ins Programm reingesetzt Nun wollen wir das extrahieren Dazu erstellen wir auf dem Desktop am besten einen neuen Ordner Dann markieren wir alle Files Sobald sie alle markiert sind Hier sieht man es, dass sie blau werden Einfach rechtsklick drauf Auf Extract Dann sehen wir hier schon den Pfad Dann suchen wir hier den neuen Ordner Einfach auf OK Jetzt Operation Complete Das zeigt uns damit das erfolgreich extrahiert worden ist Gehen wir auf OK Nun überprüfen wir nochmal den Ordnerpfad Ob das richtig extrahiert worden ist Und wir sehen Die Maß ist komplett extrahiert worden Und kann nun bearbeitet werden Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal